Habe ich dann irgendwie einen relativ guten Umgang finden können? Weil ich mir gedacht habe, dann kann ich doch weiter direkt sagen, was ich denke. Und das hat sich dann rausgeschritten, dass man tatsächlich scheiße. Manche meinen Leben nicht zu sehen. Das ist für mich, dass dem so etwas schwer gemacht hat. Das ist auch schwer. Weil man sich nicht mehr fragen lassen, dass die Vertrag nicht was folgt. Manche legen mir das als arrogant aus. Aber ich glaube, das ist das, was man macht. Man macht sich zu selber seine Meinung. Und ich lebe ja daraus auf keinen Absolutheitsanspruch. Nur für mich ist das Gericht eine Sache. Und das muss einfach ganz raus.